Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man Fliesen überspachteln und somit alte Wandfliesen, zum Beispiel im Badezimmer, ganz einfach verputzen kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich hier alte Wandfliesen, die ich gerne überspachteln möchte. Und zuerst einmal müssen wir natürlich prüfen, ob diese auch wirklich fest mit der Wand verklebt sind. Wenn diese nämlich irgendwie locker wären, dann würde es natürlich keinen Sinn machen, hier etwas drüber zu spachteln. Und wir müssten die alten Fliesen auf jeden Fall entfernen, was deutlich aufwendiger und vor allem auch deutlich dreckiger ist. Am besten überprüft man das übrigens zum Beispiel mit einem einfachen Holzhammerstiel. Da klopfe ich einfach mal gegen meine Fliesen und kann am Geräusch relativ gut erkennen, ob diese jetzt fest verklebt sind, beziehungsweise auch hohl liegen. Bevor wir mit dem Spachtel beginnen, sollten wir auf jeden Fall mal störende Silikonfugen, zum Beispiel mit so einem scharfen Cuttermesser, ganz einfach entfernen. Und dementsprechend natürlich auch Stellen, beziehungsweise Gegenstände abkleben, die wir natürlich nicht überspachteln möchten. Außerdem sollte die Oberfläche auf jeden Fall staub- und fettfrei sein. Und das bekommt man am besten mit einem speziellen Entfetter, wie zum Beispiel Isopropanol, super hin. Die Fliesen sind auf jeden Fall sauber und nach kurzer Zeit auch wieder trocken. Und jetzt geht es mal darum, dass wir auf jeden Fall noch Spezialhaftgrund auftragen, da natürlich die Oberfläche immer noch sehr glatt ist und ohne diese Grundierung unsere Spachtelmasse einfach nicht richtig halten würde. Die Grundierung haben wir bei Kreuz richtig angebracht und jetzt müssen wir das Ganze laut Herstellerangaben mal für circa drei Stunden trocknen lassen. Drei Stunden sind rum, weswegen ich jetzt auch schon meine Spachtelmasse, in meinem Fall von Knauf, ohne Probleme auftragen kann. Wichtig ist natürlich, es gibt hier die verschiedensten Hersteller und das Ganze muss einfach für deinen Anwendungsbereich auch passen. Bei mir ist die Masse im Eimer schon richtig angerührt, weswegen ich das Ganze einfach mal mit einer einfachen Klettkelle auftragen kann. Der erste Spachtelvorgang muss nicht perfekt sein, da dieser eigentlich nur hauptsächlich dazu da ist, dass wir mal unsere Fugen hier ordentlich füllen. Als nächstes sollten wir unsere Oberfläche mit einem Flächenspachtel relativ straff abziehen, dass diese auch schon ungefähr eben wird. Meine erste Schicht passt auf jeden Fall. Alle Fugen und Löcher sind verfüllt und jetzt muss ich die Masse mal noch für circa fünf Stunden pro Millimeter Schichtdicke durchtrocknen lassen. Bedeutet, ich werde das Ganze einfach mal jetzt über Nacht stehen lassen und morgen noch eine zweite Schicht darüber geben. Die Nacht ist rum, meine erste Schicht ist auf jeden Fall trocken und jetzt geht es mal darum, dass wir am besten mit einer einfachen Kelle einmal noch überstehende, angetrocknete Spachtelmasse entfernen, dass diese etwas größeren Stücke natürlich beim zweiten Spachtelvorgang auch nicht stören. Wenn unsere Fläche dann richtig vorbereitet ist, spachteln wir das Ganze wie bei der ersten Schicht nochmal. Meine Oberfläche schaut schon relativ glatt aus, ich werde das Ganze auf jeden Fall lassen und falls bei dir natürlich die Fliesen davor schon relativ uneben waren, kannst du natürlich auch diese Schicht noch einmal durchtrocknen lassen und gerne eine dritte Schicht darüber geben. Außerdem solltest du dich nicht verrückt machen, wegen solchen kleinen Nasen hier, da wenn unsere Schicht jetzt trocken ist, wir das Ganze am Ende sowieso noch wie in einem extra Video gezeigt schleifen müssen und dann können wir es auch dementsprechend grundieren und zum Beispiel streichen oder tapezieren. Dann sieht man übrigens auch nicht mehr diese kleinen Farbunterschiede hier und somit haben jetzt Fliesen auch schon richtig überspachtelt. Wenn du dir für zu Hause übrigens Spezialhaftgrund, Spachtelmasse, eine Klettkelle oder natürlich auch einen Flächenspachtel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.